Hallo, Leute, was geht? Ich will wieder in meinem Haus jammeln! Hä, warte, Leute, guck mal, Ente ist auf dem Server. Ente, kannst du mich hören? Hallo, was geht? Ey, tu nicht so, wir machen hier Rollenspiel. Ey, was geht? Was geht, Ente, was geht, Mann? Was geht? Wir sind echt wieder in der Stadt unterwegs. Hä, warte mal, ich sehe da ein neues Plakat, Ente. Hä, wo? Jungen, wir waren so lange nicht mit dieser Stadt hier auf meinem Kanal. Wir haben ja so viel und so lange nichts mehr gemacht. Ist so. Hier ist auch Eintis Haus. Das ist dasselbe Haus wie von der Horrorlehrerin. Juhu, jetzt können wir mal reingehen. Ist so, Alter, was machen wir eigentlich denn da? Hä, das hatten die nicht, das hatten die nicht, die Horrorlehrerin. Hä? Der hatte das Pokémon-Plakat nicht. Leute, jetzt ist sogar ein Fernseher, okay? Mal, die ist nicht da, Mann, Ente kommt. Ja, ich komme, bitte. Warte, guck mal, das Plakat ist richtig komisch. Ruf nicht Ente an, nach 3 Uhr. Ruf nicht Ente an, nachts 3 Uhr, hä? Hä, ja, natürlich, da penne ich, Junge. Ah, deswegen darf man nicht sich 3 Uhr nachts anrufen. Ja, hey, Junge, du bist an Rufsat. Ich sag dir, ich stelle jetzt sowieso her, die aufs Sturm. Ja, und übrigens, Leute, ich habe gesehen, dass voll viele von euch dieses Profilbild gemacht haben von gestern mit Süß-Sauer-Ente, 2 Euro. Nein, mein Junge, das ist viel, das seht nicht, Alter. Ehrenwetter, Ehrenwetter, besten Zuschauer. Doch, doch. Oha. Hä, was soll man jetzt noch auf 8 rufen? Ente an, 3 und 8? Meint ihr damit dich, oder was? Hä, keine Ahnung. Bist du damit gemeint? Was geht? Ich habe keine Ahnung. Ja, dann ruf ich dich heute an, Mann. Hä, mach doch, ich stelle aufs Sturm, Alter. Hä? Guck mal da. Hä, Tom? Hä, Tom von Tom und Jerry. Tom von, das ist doch die Katze, die Maus. Ah, lol, das ist die Katze. Die Katze, ja, genau. Was geht? Hä, lol, was macht die hier? Einfach Tom, die Katze. Guck mal, die verkauft ihr Dings. Oha. Newcases von Monster Bad Boys. Oha, Alter, die will ich ja auch. Ey, wir müssen die kaufen gehen, wirklich. Ja, ich habe kein Geld. Ah, ich habe noch die zu Hause, ich habe noch die zu Hause. Komm, wir holen die. Wo? Ich habe noch ganz viele gelagert. Ey, jetzt musst du die gelagert. Du hast auch welche bestimmt, denk nicht. Ey, ich habe dein Haus durchsucht, Alter. Ich habe nie was gefunden. Ja, ich habe da ein gutes Geldversteck in meinem Haus. Oh, hier ist nochmal das Plakat. Ja, 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 mal gucken. Okay, komm, wir gehen erstmal in mein Haus. Wir gehen hier erstmal die Lage abchecken, Freunde. Wir haben ja auch lange kein Roomtour mehr gemacht. Hier ist immer noch beim Selben. So, wo war doch mal meine Dias? Gucken wir mal hier. Das geht nicht auf. Ey, zeigt ein Versteck. Eines Versteck. Okay, wir müssen es wirklich wissen. Sag den Tipp, es ist in keinem Schrank. Es ist hier, im Kühlschrank. Oh, und es ist auch ein Schrank hier. Guck mal, was ich hier habe. Hallo? Das wirst du niemals kriegen. Junge, gib den Dias her. Wo hast du die versteckt? Wo hast du die hergeholt? Die waren im Kühlschrank, wirklich. Ich habe eine rausgenommen. Ey, ist da keine mehr drin. Gib welche ab. Drei, sechs, die habe ich mir erarbeitet, Leute. Müsst ihr mir glauben. Junge, ich bin auch welche, bitte, Alfa. Gib mal welche ab. Ja, wir zählen, Bruder. Hast du wirklich keine mehr? Ja, ich bin arm. Junge, was ist los mit dir jetzt? Willst du aus, als ob ich Geld habe? Ja. Guck mal deine Klamotten. Die sind safe von Gucci. Wer trägt sowas? Nein, Mann. Alle tragen gemeine T-Shirts und ein Pullover. Oh, ich frag, ich sag, ja. Trotzdem, okay. Ich bin bei Tom hier, Leute, so will ich einkaufen. Warte, ich gebe dir erst mal. Ich gebe dir die Hälfte, weil ich ein Ehrenmann bin. Ehrenmann, Alter. Okay, komm, wir kaufen einen. Zehn für eine Epic Mega. Oha, die sind zu teuer. Oha, ich habe von vielen gekauft. Junge, übertreib dich, warte. Ich kaufe erst mal ein bisschen hier von. Auch hier von Titan Case hole ich ein paar Stück. Hier Gold, weil die sind billiger. Die kosten hier drei und sieben. Gut, jetzt noch hier von welche. Hier noch eine. Ich habe gekauft. Ich bin auch dabei. Okay, ich habe noch einen hier übrig. Hier endlich schenke ich dir, weil du mein Kollege bist. Ich habe auch noch einen übrig. Jetzt haben wir zwei. Okay, sollen wir wieder aufmachen? Ja, Mann. Oha, ich glaube, wir müssen uns schon mal vorbereiten für die Nacht. Wir müssen jetzt Rüstung sammeln. Ey, für mich, was soll da passieren? Ja, weil ich soll nicht um drei Uhr nachts anrufen, glaube ich. Ey, ja, und was passiert da? Ja, werden wir heute sehen. Das ist die heutige Mission, Leute. Lasst einen, Leute, da. Lasst einen, aber da. Okay, ich kriege ja schon Spitzsacken. Mal gucken. Oha, die brauchen richtig schnell ab. Oh, jetzt habe ich alles kaputt gemacht auf dieser Welt. Gar nicht gut. So, was habe ich noch abgebaut? Was hat da? Äh, eine Angst. Okay, du kannst da hinten Bäume abbauen gehen oder so. Oha, ein Ring. Okay, warte, ich mache mal einen Titan Case auf. Was kriegen wir? Twisted Runners. Bin ich denn schneller? Ich glaube, ganz klein Stück bin ich schneller. Komm, machen wir weiter auf. Wieder Schuhe Swift Runners. Hä? Ah, Twisted, Swift. Okay, das ist der Unterschied. Jetzt bin ich langsamer, glaube ich. Wir haben noch einen Titan Case. Die Titan Case gibt irgendwie nicht so gute Sachen. Warte. Ey, so, die gibt gar nicht so geiles Zeug. Nein, jetzt habe ich das Haus kaputt gemacht. Ich habe den Block abgebaut. Nein. Egal, äh, nichts gesehen. Alter, die wird das reparieren, wirklich. Äh, egal. Ja, aber der wird machen. Oha, ich habe Bogen. Die brauchen Pfeile unbedingt. Nein, bitte nicht auf mich schießen. Ja, das will ich niemals tun, Antin. So, ich habe noch eine Spitzacke. Sowas kann ich hier sicher abbauen. Hier, das. Ah, das ist auch nicht so schnell. Ich brauche schon bessere Sachen hier. Ich habe noch drei Golden Cases. Machen wir die auch schnell auf. Oha. Das fällt gut zu, damit werde ich mich gleich gut wehren können. Oha, du hast voll die krasse Rüstung, oder? Sollte, ich bin gut ausgerüstet. Warum schlägst du mich? Ja, das habe ich dir gemacht. Ganz viel. Ich habe noch drei Herzen. Nein. Warum ist das nice? Alles darken. Ja, okay, das stimmt. Oha, Golden Cases. Nein, ich kann leider nicht fliegen. Hä, es waren schon alle Cases, oder was? Ja, ich habe auch schon alle aufgemacht. Es war voll schnell vorbei. Ey, Tom, der hat uns hier abgezogen, Mann. Er ist so voller Scammer. Hä, aber Antin, es wird dunkler, glaube ich. Ja. Hä, was hast du mit Tom gemacht? Ey. Ich habe den verkramt, der hat uns gescampt. Ey, was soll das? Du brauchst noch Luft da unten. Okay, Tom. Das ist nur ein Verkäufer. Okay, Antin, ich glaube, es wird langsam 3 Uhr. Ich habe jetzt schon langsam vor, dich einzurufen gleich. Hey, ja, und soll ich dabei sein, oder was? Äh, nee, ich glaube, du sollst nicht dabei sein. Geh doch nach Hause. Heute ist, wir tun so, als wäre ein ganz normaler Tag. Okay. Okay, hier steht nochmal, ruf nicht, Antin, nachts 3 Uhr. Wer hat das hier übrigens geschrieben? Sieht gar nicht schön aus. Egal, okay, Leute, es wird wirklich dunkel. Ich bin gespannt, was passieren wird. So, warte, dann müssen wir jetzt erstmal ein Telefon suchen gehen. Wo war das nochmal? Hä, wo könnte es nochmal sein? Ah, hier ist mein Telefon, Leute. Wow, und wie dunkel es auf einmal ist. Oh mein Gott, Leute, wie viel haben wir denn? Oh, wir haben schon 2 Uhr. Ich muss noch eine Stunde warten. Was könnten wir in der Stunde machen? Hier mein Aquarium, mein Gaming-Zimmer, falls ihr es noch nicht kennt. Hier kann ich schon chillen. Ich glaube, ich spiele ohne Minecraft. Dann sollte ich eine Stunde schnell umgehen. Und sag ein bumm, bumm, bumm. Okay, Leute, die Zeit ist jetzt um. Ich habe meine Items am Start. Ich werde jetzt enter anrufen. So, warte mal, hier vorne ist mein Telefon. Ich bin echt gespannt, was hier passieren wird. Ob diese Werbung überhaupt recht hatte oder so. Okay, ich bin gespannt. Hey, Mann, warum passiert das? Okay, ich gebe jetzt die Nummer 1 von Ente. 1, 7, 3, 5, 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 10, 9, 10, 9, 10. Leute, passiert aber... Hallo! Hä? Ente? Was geht? Hä, Leute, was passiert jetzt? Ente, hallo, geht's dir gut? Was geht? Ich komme jetzt zu dir, Ente, ich komme jetzt zu dir. Ja, Mann! Hey, Ente, geht's dir gut? Du hörst dich nicht gesund an, wirklich. Hä? Du machst mir Angst, Mann, Junge. Leute, ich krieg jetzt wirklich Angst. Oh, Alter! Ich glaube, meine Hose wird erst. Ich habe jetzt richtig Angst, Mann. Wo bist du? Aber ich muss schnell Pfeile holen. Ich muss schnell Pfeile holen für meinen Bogen. Warte kurz, Leute. Okay, ich habe hier Pfeile gefunden, Leute. So, ich muss mich jetzt hier ausrüsten mit meiner OP-Rüstung und alles, was ich hier habe. Komm, die Helm ziehen wir an, dann sehen wir auch stark aus. Dann kennt ihr mich vielleicht nicht. Hä? Hallo? Ente, wo bist du? Alter! Hä? Leute, was hast du denn? Alter! Ente, was ist mit deinem Skid passiert? Hä? Leute! Was geht? Ente! Ich muss mich verstecken. Ich muss mich verstecken. Was ist das für ein Motorrad? Oh, mein Gott! Ich habe nicht gefohlen. Oh, mein Gott, oh, mein Gott. Leute, ich muss abhauen, ich muss abhauen. Was ist das für ein Bogen? Der ist gar nicht so gut. Doch, der hat Wizard Sloan. Der sieht ja auch nichts mehr mit dem Bogen. Gut, was habe ich noch? Oh, der kommt näher! Ich habe vorher gehört. Leute, wo ist der? Oh, ich bin's, der sehe. Ich sehe dich nicht. Nein! Du laufst doch nicht weg! Ich gehe schnell ins Haus, Leute. Ich gehe schnell ins Haus. Ich will doch nur mit dir spielen, Alter. Das ist doch nicht die echte, oder? Ich will mit dir nach dem Block spielen. Hä? Leute, guck mal. Die echte ist auch nicht mehr hier. Er hat sich endlich jetzt verwandelt, oder was? Weil es gerade gedacht ist. Wir sind hier in Bedwurst. Hä? Wie, Bedwurst? Ja, komm her, Mann. Ich werde dich besiegen. Bedwurst. Ah, ich brenne. Leute, ich bin in das Haus. Ich bin in das Haus. Wo ist der? Komm raus. Was ist das für ein Skin? Was ist das für ein Skin? Oh, der kommt, der kommt. Versteck mich in deiner Toilette. Ich muss mich verstecken, Mann. Ich mache aus dem Ratsch. Und dann, ihr bekommt es dann aus mir machen. Ihr bekommt es dann aus mir machen. Was soll ich tun? Bist du im Bad? Nein, bin ich nicht. Ich höre was aus der Dusche. Wie ist es aus? Lüge nicht. Äh. Ja. Leute, ich habe einen Kostdown bekommen. Oh, mein Gott. Das war ja eine Chance, abzuhauen. Nein, 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 nein. Ich muss hier weg. Ich muss hier weg. Ich glaube, ich laufe zur Polizei, Leute. Nein, da vorne ist er schon wieder. Nein, 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 nein. Ich muss zur Polizei. Hier ist dein Motorrad. Ich kann mit deinem Motorrad fahren. Ja. Hey. Oh, mein Gott. Komm, komm. Leute, ich kriege so Angst. Wo ist der? Oh, der ist hinter mir. Der hat gerade Feuer geschossen. Oh, was passiert mit dem Motorrad? Okay, ich muss hier absteigen, schnell. Mein Motorrad. Oh, nein, der kommt, der kommt. Er kommt, Leute. Was soll ich tun? Ich muss zur Polizei jetzt, schnell. Hey, warum steht der FBI? FBI, da ist so die komische Ente, Mann. Ich weiß nicht, was... Wie, 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 wie? Oh, nein, es ist zu spät. Es ist zu spät. Polizei, ich muss laufen. Polizei, ich muss erleben. Ich gehe zu McDonalds. Ich muss meine Alupie buchen. Komm her. Au. Au. Komm her. Oh, nein, ich bin dein Sackgasse. Du bist in den Sackgasse. Nein. Hau an, Mann. Ich muss aus dem Sitzstein. Ach, komm, bist du aus mir? Nein. Ah, der ist leer. Der geht nicht mehr. Oder doch. Ah, warum gehst du auf einmal? Nein, nein. Ich bin der Sackgasse. Das war's jetzt wirklich komplett. Das ist keine Chance mehr, Alter. Ich habe eine Opiebogen. Komm her, Mann. Ah, was willst du mit dem Bogen erreichen? Ich bin der Geist. Nein, er hat mich, Leute. Ah. Ich kann nichts mehr machen. Nein. Oh, 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 Leute. Ich bin aufgewacht. Hä? Es ist aber immer noch spät. Okay, es ist wie in 2 Uhr. Hä? 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 Änte? Hä? Was geht? Was machst du hier? Hä? Was machst du hier? Hä? Junge, du warst gerade so böse. Was hast du getan, Mann? Hä? Was ist so böse? Hat dich chillig? Ich hatte kein Frühstück, Junge. Hä? Aber du hast mich gerade angegriffen. Okay, Leute. Das war's hier mit dem Schauspieler. Lass ein Like da. Hä? Hör auf damit. Haha. Lass ein Like da. Wenn euch dieses 318-Video gefallen hat, ähm, äh, 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 Schauspieler, lass ein Like da, lass ein Abo da, shopper, äh, 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 Tschüss. Hallo. Aber endlich hat man wirklich Angst bekommen. Die Stimme hat mir richtig Angst gemacht. Wie's dir? Wirklich? Junge, es hat sich richtig horror angehört. Egal, Tschüss. Tschüss.